In Salem gibt es ein Hotel. Aber bleib höchstens eine Nacht. Komm einfach mit. Was? Du denkst, da draußen würde nichts auf dich warten, aber das stimmt nicht. Ja, guck, du verstehst das nicht. Ich kann nicht. Wer würde mich finden? Marlena, für dich ist ein schöneres Leben bestimmt. Ob das dein Leben mit mir ist oder nicht. Oder ob du mich liebst oder nicht. Das spielt keine Rolle. Aber du musst dich jetzt entscheiden.